Hey, hast du Lust auf Kino? Nein. Bar? Komm, geh heim. Oper? Äh, äh. Netflix? Nö. Was willst du denn dann? Was hast du denn schon sonst so getan? Etwa Eislaufen? Nö. Schwimmen? Ist blöd. Wandern? Naja. Konzert? So lala. Was ist nur mit dir los? Worauf hast du schon Großlust? Ich erzähl dir mal mein Begehren. Es ist ideal, wirst es mir nicht verwehren. Ich möcht vor Gräbern tanzen auf dem Kirchhof, denn mit Toten redet es sich wunderbar. Meine sozialen Ängste sind viel kleiner und die Toten lachen auch viel weniger über mich. Ich erzähl dir mehr über mein Begehren, es eignet sich sehr zum in sich kehren. Bunte Lichter sorgen für die Stimmung und die Diskokugel scheint bleich über mir. Hier fühlst du dich ganz frei, denn es ist niemand dabei, der dich verurteilt wegen Impfbedenken her. Denn sterben wird dir sicher keiner mehr wegen mir. Dann erzähl ich halt euch mein Begehren, sodass es wieder halt und wir alle davon zählen. Unsere kriegsgeilen Staatsoberhäupter sind meinen Kumpels ebenfalls egal. Was juckt die nach Nuklear? Sie lehren mich ganz offenbar. Gelassenheit, denn im schlimmsten Fall sind wir halt so wie sie nach dem großen Knall. Also los, bist du dabei? Zu den Toten einwandfrei. Schön zwischen Krön und Graflichtern. Worauf wartest du nach? Meditative Ruhe wartet doch auf dich. Friedhofs-Wappen, Friedhofs-Totten, Friedhofs-Zeit, Friedhofs-Allein. Friedhofs-Allein. Friedhofs-Totten, Friedhofs-Allein. Vielen Dank.